Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Tales of Arrive. Gut. Ja. Letztes Mal hatten wir unsere erste Mission hier gemacht. Wir sind im Messia. Messia, genau. 224. Und ja, weiter geht's. Guck mal. Guck mal. Messia 224. Now that's a weird name. Messia is basically a code. It indicates, it's a small village. So it's not its actual name? Then does that mean that 224 is... Yeah. It's merely a serial number assigned to it for administrative purposes. Kass. Okay, wir haben hier oben, also wir müssen eh hier hoch und da lang. Wir haben hier unten eine Mission und da noch eine Mission. Wir nehmen erst mal die Mission oben an. Ich glaube, es gibt jemanden hier in Problematik. Uhuhu. Well, wir sehen, was sie sagen müssen. Uhuhu. Guck mal oder was? Uhuhu. Ach, guck mal, da unten. Uhuhu. 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 Ich dachte, wir kriegen jetzt Schuhe, wegen Schuhu. Uhuhu. Looks like we've spotted one of Hoodo's friends. Guck mir nicht zu nah. Ich will mich nicht verdächtig machen. Welchen Teil von Haut habt? Habt ihr nicht verstanden? Die Blöte bekommen noch einen falschen Eindruck von mir. Oh, man sieht echt eingeschüchtert. Danke, Scheiße. Okay, was hast du denn? Hey, Kumpel, wenn's keine zu große Bitte ist, meinst du, du könntest etwas Celagin entbehren? Celagin? Kumpel, hast du eine Ahnung, wovon der Typ spricht? Ich glaube, er redet von Alkohol. Natürlich meine ich Alkohol. Was denn sonst? Warte mal, ihr seid nicht aus dieser Gegend hier? Hm? An eurer Stelle würde ich hier ganz schnell die Biege machen, bevor euch jemand meldet. Na, bei dem ist die Stimme aber schnell umgeschlagen. Man kann's ihm nicht vorwerfen. Die Leute hier wachsen damit auf, dass man die eigenen Nachbarn verdächtigt, ganz zu schweigen von Fremden. Wofür brauchst du dieses Celagin-Zeugs überhaupt? Na, ob die Strahlaugen den Laden führen oder nicht, du musst doch irgendwie das Essen auf den Tisch bringen. Und ohne Celagin erfriere ich noch bei der Arbeit in dieser heißen Kälte. Du willst dich also nicht nur glücklich saufen, du willst damit gegen die Kälte ankämpfen. Wir haben leider kein Celagin dabei. Können wir dir vielleicht anders weiterhelfen? Ja, wir wollen auch nichts dafür zurück. Wir wollen einfach helfen. Meint ihr das ernst? Na, in dem Fall könnt ihr mir vielleicht die Zutaten besorgen, um ihn zu brauen. Alles, was ich brauche, könnt ihr von Zeugeln erlangen. Ich wusste gar nicht, dass man aus Zeugelteilen Alkohol herstellen kann. Die Leute sind echt erfinderisch. Machen wir. Wir haben nicht, was du brauchst, aber du kannst zu lange warten, bis wir es gefunden haben. Es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Aber seid ihr sicher, dass ihr helfen wollt? Es bleibt nicht aus, dass ihr euch mit Zeugeln anlegt. Wir können nicht einfach mit ansehen, wie du Hilfe brauchst. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, dich in der Not allein zu lassen. Um gegen ein paar Zeugeln zu kämpfen, wäre mir jederzeit lieber, als in diesem Klima hier den Boden umzuflügen. Es begonnen. Voprozentiges. Hochpräzises. Na, wie war denn das nochmal? Aktivitätsdaten, ne? Aktivitätsdaten, ne? Ich zeige nur, wo wir da hin müssen. Schaut mal, hier ist ein Pfeil. Ist das vielleicht... Das ist ein Moskul. Ach ne, hier ist ja was offen. Okay. Die Schnellreisepunkte. Ach, wir finden da schon. Wir machen erst mal mit der Hauptpfeil weiter. Ja. Die Schnellreisepunkte. Die Schnellreisepunkte. Das ist was sie gesagt. Ich wusste es. Was haben wir denn, um das zu verdienen zu verdienen? Wir haben nicht sogar die Straße, ohne zu schauen. Warum sind sie hinter uns? Komm schon, wir haben Zeit verraten. Du musst schnell schnell, wenn du dein Freund zurück willst. Nicht nur eine Person, die in Sisseldön ist niemals zurückgekehrt. Hey, keep quiet. Du musst uns alle getötet werden. Wie ist das? Komm schon, report me. See, ob ich mich interessiere. Ich dachte, dieses Sisseldön war eine Stadt. Ist das eine Kirche? Es ist der Welt's Kapitel. Wenn du freiwillig bist, wie wir sind, gibt es nicht viel Unterschied. Meine Eltern und Beziehungen wurden durch die Schnecke-Eyes. Ich habe nicht von ihnen gehört, von ihnen zu hören. Für alles, was ich weiß, sie sind lange tot jetzt tot. Insofern, gehen Sie! Gebonkt, machen wir. Gut, Rierwald, okay. Hier, der würde jeden für eine Belohnung verraten. Das ist das Grauenhafte daran, wenn man am Existenzminimum lebt. Ja, stimmt leider. Hier hat er die Mission. Wollen wir den auch gleich mitnehmen? Wir können auch gleich mitnehmen. Ihr seht mir ziemlich verdächtig aus. Ich sehe euch sofort an, dass ihr nicht aus diesem Breiten stammt. Normalerweise würde ich euch sofort den Amt melden und die Sache ist erledigt. Hm. Was soll ich bloß tun? Hör mal, wir wollen keinen Ärger machen. Können wir dich vielleicht irgendwie überzeugen, dass du Stillschweigen bewahrst? Tja, das Amt zahlt hübsche Sümmchen an, Tippgeber. Was habt ihr mir zu bieten? Der Tod? Wie war das? Wir müssen dir überhaupt nichts geben. Und glaub mir, es gibt viele andere Möglichkeiten, dich zum Schweigen zu bringen. Ruhig, Sion. Ruhig? Ich gebe dir gleich Ruhe. Also gut, was willst du? Na, mal sehen. Oh, ich weiß. Ich könnte etwas Essen brauchen. Wie weißt du, wenn ihr mir etwas Obst und Gemüse baut? Und ich meine nicht das welke Zeug, das hier wächst. Ich rede von frischen, wilden Sachen, die außerhalb zu finden sind. Obst Salat und Äpfel überreichen. Machen wir. Reicht dir das? Ja, du hast Essen für mich, hm? Na, los doch. Mach Kinder und lass es... Alter, bringe den Ohn fertig. Und du versprichst, dass du jetzt Stillschweigen über uns beworst? Was? Ach so, ja, ja. Ich sag's niemandem. Ich schwöre. Ich könnte, äh... Ihr könnt auf mich zählen. Irgendwas kommt mir an der Sache dubios vor. Warum hast du so darauf bestanden, dass die Sachen von außerhalb des Dorfes stammen, wenn du sie hier selbst anbauen kannst? Ich hab's euch doch gesagt. Die wilden Sachen sind viel frischer. Der Boden hier ist so ziemlich wertlos. Das Problem ist, wir dürfen das Dorf nicht einfach verlassen, wann immer wir wollen. Und außerdem bimmelt es da draußen vor Zeugeln. Also dürfen wir für dich unseren Hals riskieren. Boah, du bist echt ein feiner Kerl. Na dann, viel Erfolg mit dem Essen, würde ich sagen. Was? Wer hat denn von... Was von Essen gesagt? Sei nicht albern. Ich werde das alles nicht einfach raufessen. Aber wenn du das nicht isst, wofür brauchst du's dann? Na, ich werde das alles verkaufen. Ist doch logisch. Hast du eine Ahnung, was hier für eine Nachfrage nach frischem Essen herrscht? Na toll, jetzt fühle ich mich echt mies, dass wir dem Kalunken geholfen haben. Dieses Reich hat echt noch eine Menge Probleme zu lösen. Das war ja mal eine schnelle Mission, oder? Das ging gut. Oh. Das war ja mal eine schnelle Idee. Das sind die Schnecke-Eyes. Sie haben sie auf ihre eigenen Schäden. Sie sind Lord Ganabelt's Lackies. Aber für alle intents und purposesen, es sind die Schnecke-Eyes, die Kontrollen das Reich. Ein falsches Blick. Und deine Geschichte. Also, Zephyr ist jetzt zu Sislodan. Wir müssen uns mit den Fingern verhören. Wir müssen sie mit ihnen auf den Weg. Ich meine, der Plan war immer für mich, dass ihr alle zu Sislodan, insofern. Aber eine Frage von dir. Oh? Da ist ein Fingern, wir müssen durch den Weg durch den Weg. Ich will nicht lieb, es wird gefährlich. Mehr Zügel? Wilder. Sie schütten in Paxen, leden von der größten, der größten, der größten. Meine Freunde und ich wurden mit einem auf der Weg nach Kalaglia. Das ist wie wir uns verletzten. Wir müssen nur unsere Wits über uns, dann. Oh, das hört sich interessant an. Durchquert nur diesen Wald hier und ihr stoßt direkt auf das Loden, die Hauptstadt. Ich frage es nur, ob ihr verhaftet oder Zeugelfraß werdet. Oh, ich kann ja den Pferd mitnehmen. Alles gut. Die sind aber auch echt mies drauf hier. Mann, Mann, Mann. Ich bin nur ein Pferd mitnehmen. Aha, wollen wir schlafen und mit jemandem sprechen? Ich glaube, ich werde zu schlafen, danke. Ist es mit mir wirklich so viel zu schlafen? Ich habe einfach nicht den Punkt, das ist alles. Ist es eine bestimmte Grund, warum wir jetzt reden müssen? Ich weiß, ich... Ich glaube, wir sollten alle einigen versuchen, um zu kennen uns zu. Was, wenn es eine Erdbezüge ist? Eine Erdbezüge? Was, wenn ein von uns plötzlich getrennt wurde? Dann würde ich sie mit meinen Geheimdiensten und weitergehen. Das ist einfach für dich zu sagen. Aber für die Person zu fragen, es könnte nicht so leicht sein, dass Sie sich zu antworten. Wenn sie nicht die Chance haben, mich zu antworten, das ist deren Problem. Unless Sie sagen, dass ich nicht jemanden zu schlafen, um es zu schlafen. Ich habe das nicht gesagt. Also, was dann? Stopp mit den Böden und sagen, mich. Look, was ich versuchen zu sagen, ist... Wenn wir gehen zusammen, macht es mehr Sinn zu tun, als Kollegen zu machen, Ich verstehe, dass es nicht so leicht sein kann. Aber ich verstehe, dass, was es ist, es natürlich muss, dass es viel bedeutet für dich. Ich versuche nicht, dass es für dich etwas schwierig ist, nur für den Sinn. Also, ich mache mehr ein Fortschritt, um zu reden, jeden Tag und dann zu reden. Auch wenn wir nicht müssen. Bist du? Ja. Ja, ich bin. Du hast jetzt eine tiefere Bindung zu Shiona. Tiefere Bindung. Du hast nichts gesagt, Alphen. Weil es für mich ist, dass du dein süßes Zeit vorbereitet hast. Ich bin kein Procrastinierter, wenn du das sagst. Oh? Sieht es für mich. Du hast mich überrascht, dass du unsere Mission vergessen hast. Ich weiß, ich weiß. Du musst mich nicht immer erzählen. Hey, Alphen! Ich bin schon hier. Genau. Danke für mich zu wissen. Ich habe dich mit den Bright-Eyes gesprochen vor der Nacht. Ich habe mich überrascht. Mind mich erzählen, was du zwei darüber gesprochen hast? Nichts in particular. Ich habe nur gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen öffnet, wenn ich mit ihr versuche. Was? Sie? Sie ist eine Renin. Ich weiß, wir arbeiten mit ihr. Aber das bedeutet, dass wir nicht gut mit ihr haben. Wir werden alle zusammen mit ein paar Mal vertreten. Es wird nur die Dinge schwer machen, wenn wir uns in den Händen sind. Wenn wir alle sagen, wenn wir alle sagen, wenn wir uns in den Händen sind, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann ist das nicht anders. Das ist nicht anders als das für die anderen. Ich denke, dass es wichtig, dass wir alle zusammen verstehen und zusammenarbeiten, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wenn es überhaupt möglich ist. Wir können nicht? Weil ich sicher nicht die Gefühl, dass sie das auch tun tun. Das ist nicht so, dass wir alle zusammenarbeiten. Als Zephyr nicht wegfällt, dann alles in der Hölle verbreitet. Wir können nichts tun, wenn es so ist. Aber was soll ich denn machen? Ich denke, ich werde einfach immer noch zu lassen. Und sehen wie es geht. gegen angriffen ist sieg über gegner möglich ist dir ein gegen angriff sondern indem du kuh drückt nachdem du einen gegner besiegt hast mittlere wind aber dass die gegner mit mächtigen klauen aus dem wind in stücke zerreißt was wasser art das wasser strahlen wie weil aus boden des bogens abschießt und ich kriege ich jetzt mal wieder volle lotti oder was ein fortgeschrittenes lichtart das für längere zeit einen großen lichtstrahler feuert alter kohle bist du ein verein ein anfänger lichtart das einen blitzchen boden lang schießt und die aufräumt die menge zugefügt und schadens an schwachpunkten von gegnern erhöht die menge zugefügt und schadens durch aufgeladene arzt kann auch bei aufgeladen arzt das auf jeden fall erhöht schaden an schwachpunkten erhöht schaden bei niederstreckung erhöht schaden in der luft erhöht schaden bei niederstreckung hier reduziert artwork zeit während einer komo kritischen schaden k.o schutz erhöht kritischen schaden erhöht boost anzeige bei 10 komo erhöht boost anzeige bei 10 komo reduziert artwork zeit während einer komo hollte besammeln wir erstmal ein paar attacken allgemein dass hier ein bissel was hat Kombo Erhöht kritischen Schaden Ich glaube bei den anderen haben wir nichts 600, oh 1300 haben wir Aufsteigender Falke Beursacht einen flinken harten Tritt, bei dem der Angreifer in schnellem Tumbo aus der Luft herabschießt Wird Schaden bei Gegner, wird Schaden durch Buchschlag Allwieder ist perfektes Ausweichen Oh, dich mal Und dich mal Ich habe keine Ahnung, ob das Richtig ist Gut, weiter geht's Ja, Sachen haben wir jetzt nicht gekauft Glaube ich auch nicht, dass wir da was brauchen Also So This is the forest teeming with Zoogles who warned us about No sign of Zephyr though Which means either they had the skills to make it through safely Or, we're too late And the strays got to them first Do you say every thought out loud? Just the true ones Are we moving or what? Don't worry, it's okay Klar ist das okay, wir machen die alle platt Kommt Yeah I have to be careful not to miss anything coming from off the path This is nothing When things get real bad around here You can get lost without even realizing it Oh, ich wollte drei drücken Okay, hier können wir nicht weiter Ne, 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 ne Wo kann ich sagen, hier können wir auch nicht weiter? Ich tauche runter Will tut man alles, ne? Und ein Fisch Okay So, hier lang Und rein da There's the stone Yes Yes Oh, geil Das sah cool aus, oder? Da habe ich nur gewartet Man fiel aber die ganze Zeit schon auf der Dreier-Taste Interessant ist es zu wissen, wenn du jetzt natürlich mit dem anderen spielst Dann wäre es irgendwas, also Rindway und Schiwole zum Beispiel, weißt? Dance in the wind It's over Get on in there with the others By the top of the next floor Come and break It's over Now Seals freezing We won that by a mile I could easily see us getting lost here while we're trying to find Zephyr I get this is supposed to connect the capital to the villages Why is it good to be so winding? And not only that Why there are so many Zoogles walking around? I think they're used as lookout The Rindons know how to control them Complaining is not going to get us anywhere Let's just get through this and be on our way Hier muss ich ja gleich alles zerstören Das war doch mal ne geile Kombo, oder? Das sah geil aus Erstmal Boilein sammeln, dann sie Ich war auf der Suche nach Nahrung, hab mich verletzt Bitte lasst mich nicht hier zurück, ich überlasse euch dafür als Ziel Erzsam Samenartige Objekte, das in bestimmten Zeugelarten vorkommen Neig zur Wucherung, daher empfiehlt sich eine schnelle Entsorgung Wie kann man jetzt nicht weiter, ne? Das heißt Hier lang Oder? No Ich seh ja so ein rotes Pfeil Achso Ahja Irgendwas hab ich im Auge Oh Ich seh ja so ein rotes Pfeil Ich bin Ich bin Ich bin So Wenn du die mission abgeben aber später hier sind wir lang das heißt müssen jetzt noch hier irgendwas hier ist ein weg also erst mal die andere seite und dann so besondere monster 40 so machen wir die plat ja also tut mir leid so dass sie alle platt gemacht haben alter hat die attacke alles platt gemacht halleluja das war eine ulti attacke heftig heftig ich bin aber auch immer größer ne fanden ihn mal so ganz klein oh ist ein alpha deswegen einmal unterbrechen bitte so der ist weg ja der ist weg so dann mal kurz rechts lang ja moin schreibe ist er jetzt macht sie schon flammenschwung aber wahrscheinlich ist es immer unterschiedlich das war die lachsmüte hier das war die lachsmüte ihr seid mir doch nicht den ganzen Weg hierher gefolgt oder was wenn ihr vor habt mich zu melden dann überlegt euch das nochmal gut wir werden dich nicht verraten wir versuchen nur nach zisloden zu kommen um einen verhafteten freund von uns zu retten also seid ihr einen haufen verrückter großartig verschwindet von hier bevor ich wegen euch verhaftet werde du hast einen zeugen erwähnt dauert da weiter vorne noch ein stärker ja ein wolfszeuge er ist riesig und richtig zäh schlimmer noch er ist dabei auch noch leichtfüßig vielleicht könnt ihr ihn schlagen wenn ihr seinen schwachpunkt trefft aber ich schaff's nicht mal ihm auch nur einen kratzer zuzubilden verdammt ich dachte wenn ich diesen agenten vom amt folge würde ich's durch den wald schaffen aber der ganze plan ist jetzt wohl für die Katz nicht unbedingt wir werden uns den zeugen ansehen und schauen was wir gegen ihn ausrichten können ach ihr seid noch verrückter als ich dachte wen ihr denkt dass ihr das wirklich schafft dann nur zu tut euch keinen zwang an machen wir gerne zeugelschlachten was ist los kalte füße bekommen ihr müsst nur auf den schwachpunkt des zeugels abzielen sollte er zusammenfallen wie ein kartenhaus jedoch tendiert deine chance ihn zu treffen immer noch gegen null das wirst auch nur du so sehen Sprecherpunkt 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 Geholen ist vor der Kraft Kampagne oder Charaktere und HP der Gruppe vollständig wiederhergestellt schau Ne we've got company and not the nice kind either und nicht nur die 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 Das haben wir die kleine ne? Sehr schrecklich Boah, geradeaus war ich, als ich den gesehen habe Schwachpunkt muss wohl hier die Seite sein Wehe, wir klicken einen, er trug die Fresse Kernbrecher, sehr schön Das ist unsere Chance, draufhauen Achso, weil ich so eine Boost-Attacke bekommen oder nicht? Oh 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 Boah Er hat mich nur erwischt Ich glaub's ja nicht Er ändert seine Taktik Oh Oh Der hat Munzerwogen, ich glaub's ja nicht So Okay Was denn So So Dann ist sie weg Sie ist eingefroren Ich auch Ich auch Kamera hier Kamera hier Boah Aber ta Dann course Ou du jag hat du kein hp mehr aber ein gelee mit festgeschmack das 1200 kp eines verbündeten so ein hp also so easy ne so ein bisschen und da ist eine kleine aber hier ist nichts hier ah hier sind wir thornenärzte ok hier was du noches es ist Das ist... All diese Zügel... Sie sind tot. Was ist hier passiert? Sie haben nicht das mit uns. Also, wie... Wer ist dieser Mann? Keine Weise. Eine Person hat das alles gemacht? Ach, du heilige Scheiße. Wer war dieser Mann? Du glaubst, er könnte der Herr, den wir suchen? Gannabelt? Ich wundere, ein Herr würde gehen durch einen Ort wie dieser, allein. Außerdem, was ein Wrennen würde mit dem Zügel? Als ich ihn sehe... Es war eine gute Frage, ich denke. Schau mal das. Er hat sie mit einem einzigen Zügel... Das Mann ist kein Amateur. Du bist okay? Oh... Ja. Wir müssen gehen. Zephyr braucht uns. Diese Nacht nach hinten war sicher nicht so rum. Wenn er kein Herr ist, was ist er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie jemanden wie ihm gesehen. Nun, er scheint definitiv nicht ein Freund zu sein. Das ist sicher. Ich hoffe, dass wir ihn nicht wieder aufhören. Kranke Scheiße. Alter. Wer war das denn? Ja, meine Lieben. Ich würde sagen... Wir hören jetzt hier auf. Danach geht es mit Sicherheit in der Stadt weiter. Und äh... Ja, Rutherwald ist durch. Ne? Und... Ich... Wer war das? Der... Ich will auch... Ich will auch das Schwert. So viel geiler. Na ja, alles klar. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet bitte das nächste Mal wieder ein. Und... Dann machen wir es wieder mal ganz kurz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye. Bye.